Yo Leute Willkommen zu einer deiner Folge und heute ich bin immer ganz gechillt wieder ne Runde Lucky Race Ja Leute ich dachte mir einfach mal so dass ich Wow Alles klar dass wir das direkt bekommen wow also ja ist gar nicht so so schlecht jetzt gar Du Bastard Kannst mal direkt weg gehen Also ja was machst du da alter Okay alles klar Ähm ja ich dachte mir einfach mal so ich dachte mir einfach mal so dass ich ähm heute sehr früh aufstehe Und dann direkt mal aufnehme dass das Video auch irgendwann rauskommt Ja Leute also habe ich keine Ahnung was ich reden sollte werde Save 100 mal failen so ungefähr Ja äh ja richtig scheiße würde ich mal sagen Und ja ja toll wir haben das Video eingesammelt genau das was ich nicht wollte vorhin Ach egal Ja und Leute ich glaube ihr wisst es ganz genau ich habe wieder kein Thema wieso weil ihr nix reinschreibt Also ja schön dass du hier stirbst die juckt mich auch gar nicht weil das auch nicht verdient zu leh Okay das ist gut das ist ganz gut das ist ganz gut das ist ganz gut das ist ganz gut Gut man gut steht hier oder das ist gut so Leute ich habe heute mal ein geiles Sexpack drin eigentlich in den nächsten tagen wird ein ganz geiles video herauskommen was euch vielleicht freuen wird leute mit dem lieben The Timmy ich glaube ihr kennt ihn schon lange auf meinem kanal also ja also leute das ist alles kein problem aber Leute das video wird richtig das müsst ihr unbedingt anschauen okay leute wisst ihr wieso weil ihr das anschauen müsst ihr müsst es anschauen das ist einfach Oh shit okay ich muss mich kurz konzentrieren weil ich hasse solche springe Okay ja wir haben es easy Wow also ja hey Bro Ja äh direkt mal ein screenshot würde ich sagen So ein screenshot Fürsamt meh leute Oh ups das war ein screenshot zu oft Nice haben wir auch Ey diese Map ist so geil gebaut worden Nice wir haben nochmal ne Axt Aber diese Map Leute oh mein Gott die ist so geil gebaut worden tut mir leid aber Das ist nice So ähm Oh down Nice Okay Äh extraherz gar nicht so so geil Äh ne ich mein das ist richtig geil Nochmal so ein Typ okay juckt mich aber nicht Was bekommen wir hier Äh crap würde ich mal sagen Äh Oh nein wir sind jetzt an diesem Part hier weiß ich nicht so ungefähr wie das funktionieren sollte Ich glaub wir haben es Nice okay Okay ich glaub ich Ja erstmal runterspringen Ne Leute Erstmal runterspringen Ist ja nicht so als würde Als würde da so eine Leitung sein ne Ne er fällt einfach runter mein Charakter Juckt ihn gar nicht Schaut jetzt nochmal Oh nein ist gegangen Okay Nice Ja schön Oh nice Digger Äh ja wir sind Ja ne ne Kein bock mehr Ne Nein Wow er hat das Ziel erreicht Wow Wahrscheinlich Okay Leute da würde ich sagen Äh bis gleich in ne Runde So Leute ich hab mir noch gute Sachen gecraftet Ja hinter mir ist direkt so ein ultra biest Ja geh weg man Äh ja alle sind hier ultra biest Hab ich so das Gefühl Äh oder einfach äh so rein lunzen So wie ich jetzt gerade Mit Okay da müssen wir leider die Axt nehmen Nice Okay Wir haben die ja easy man Ja Hier kannst du meine Kanaten nehmen Und dann auch sterben dazu noch Oh Komm Die bekommen wir safe Außer wird uns abgestaubt Ne easy Erstmal heilen Okay gehen wir hier jetzt kurz weg Komm Ja den Das war ein guter Schlag Das war ein ganz guter Schlag Du gehst mal bitte weg Ey warte kurz Das ist ja ein äh Ultra OP Schadenstrank Oder so Zwei gedrückt Komm wir schauen was passiert Oh mein Gott Er wurde hier Ist gedrackt Digga Das ist der Ultra OP Trank Des Todes Ja und er hat einfach Den Apfel genommen Daum Ja ich glaube wir werden jetzt sterben Ja habe ich so das Gefühl Nice Okay wir sehen wie die hier kurz Ne 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 du lassst hier die Sachen schön liegen Ne Was wir haben alle bekommen Okay wir sind einfach der beste Ne Wir sind die besten Und bleiben wir auch die besten für immer Für immer What the fuck Wir haben die easy Wir bekommen alle So erstmal einschlag Von da Ja komm Heil dich einfach jetzt schon mal Der OP Trank ist dann für bestimmte Sachen Leute Okay Du bist genau gleich schlecht wie ich Von der Rüstung her Aber Und vom Schwerte Also fast gleich Aber ich glaube wir bekommen den sogar Hättest du mal keine Tränke man Du fuckst mich ab mit dem Äh Ja jetzt rennt auch noch weg Also ganz gediegen von dir ne Komm stört einfach bitte okay Keiner braucht dich Ähm Okay das war jetzt ein bisschen Wahrscheinlich ist da halt jemand Der so gut ist Ach gib mir den Popo Stick Schaut Leute wie OP Und Ne ich glaube Das ist unser Tod Außer wir benutzen die Axt jetzt Ja Ja das ist unser Tod Hat er den OP Trank nicht bekommen Ne oder Nein Das ist unser Tod Einschlag und wir sind tot Einschlag und wir sind tot Ja Ja Erstmal dein Boosten ne Erstmal boosten Haben wir hier ein Zweierteam in der Runde oder was Oh nein Sagen wir nicht Wir müssen jetzt durch die Mitte hier irgendwie versuchen zu gewinnen Das wäre so bitter ne Willst du echt gegen diese Axt hier kämpfen Er wills Er wills Leute Digga Er wills einfach nur noch Ja schau mal wer jetzt wegrennt ne Komm doch Er verletzt uns von oben Ne ne Kein Bock mehr Ne wie spielt ihr denn So kleine Pussy sind das Ne Leute Das ist die größte Pussy Runde Runde die ich je gespielt habe Ja wo ist überhaupt die Mitte hier Hinter mir ist niemand Also ich weiß nicht ob wir jetzt doch die Mitte hier gewinnen können Weil wir haben Puffy nicht Ja wir haben eigentlich gar nichts Wir haben einfach gar nichts Leute Der letzte kommt aber als immer als erst an Ja außer man Ne das Oh mein Gott Leute Es ist die größte Pussy Runde die ich je in meinem Leben gespielt habe Ne es jetzt Bad Game tut mir leid Ne Also tut mir leid Erst kennt man hier oben und knallt Ne 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 Leute das war's mit der Folge Ich hoffe es hat sie Ich hoffe es hat euch Was Ich hoffe dass die Folge euch gefallen hat Lasst doch ein Like oder ein Abo da Es tut mir halt leid wenn ich heute ein bisschen langweilig war Aber ja das war halt heute am Morgen Leute Ja Das war's mit dem Video Ciao Leute Ich schauke mich noch mal an... Das war's mit dem Video Das war jell ja , ich glaube euach Das war's mit dem Video Das war ich mit dem Video Leid